Hörtest? Nein. Kopftest? Ja. Mit Checkers on Tour. Zu den Diplomatenlehrern? Nein. Aber die sind jedoch Diplomatenlehrer live. Da macht das Lernen Spaß. Also ich habe noch nie ein Studio kennengelernt, bei dem ich gerne reingehe und gerne Spaß habe beim Lernen. Aber bei Check-S-Nachhilfe.de habe ich das. Und jetzt checken wir mal nicht nur die Rechte, die man im vollen Programm vom BGH bei Checkers lernen kann. Wir können nämlich auch vom BGH ein paar Teilrechte kennenlernen, Grundsatzurteile kennenlernen und mal fragen, ob der Herr Generalstaatsanwalt, der jetzt nicht da ist, der Herr Nährlich, davon Kenntnis hat. Öfters Spaß dürfte erlaubt sein. Film-Bike auf den Bühnen dieser Welt. Mehr Recht. Und öfters mal More Rides worldwide for a better planet. Und jetzt zum nächsten Einsatz. Sie können auch mal reinschauen bei Saal 600 in der Förderstraße Amtsgericht. Auf gut. Recht. Und jetzt gute Fahrt. Zum nächsten Einsatz garantiert mit guter Rechtsbildung. Viel Spaß. Dank Check-S-Nachhilfe.de. Und da sind Sie, die Staatsanwälte für Fürth, Nürnberg und Erlangen und mehr. Alles Gute. Städte. Alles Gute. Bis bald. Auf gut recht.